Musik Ich mache mir große Sorgen, weil nach allem was ich höre, ist ein Mensch, der so in der Öffentlichkeit war, wie Franz Beckmauer das war, jetzt völlig aus der Öffentlichkeit auf eigene Veranlassung offensichtlich verschwunden. Der ganze Stress und die ganzen Geschichten, sowohl im Privaten als auch mit der WM-Vergabe 2006, haben mich natürlich mitgenommen. Wie man so manchmal damit umgegangen ist, finde ich schon auch nicht unbedingt gerade lustig, muss ich ehrlich sagen. Gibt es den einen den Königsweg? Welcher Weg ist angemessen, um den Fall des Kaisers zu bewerten? Beckenbauers Lebenswerk hat mit Wucht Risse bekommen. Der Kaiser ist abgetaucht. Ein Weg führt nach München. Ende November. Und er ist da. Naja, fast. Steht als freundlicher Werbeträger einladend vor einem Restaurant seines Freundes Alfons Schubeck. Der Libero Nummer 5 verkauft sich ganz ordentlich. So wie offensichtlich auch all die anderen Genussmittel aus dem Sortiment des Gastro-Unternehmers Alfons Schubeck. Nur um seinen weitaus prominenteren Freund ist es aktuell nicht sonderlich gut bestellt. Was der Mann Gutes für Deutschland getan hat, das kann man ja gar nicht in ein Buch reinbringen. Und dann zerstückelt man ihn, man zerhackt ihn, man wirft ihn praktisch wieder von einem Fleischkutter durch. Und das finde ich dann auch unverschämt. Auf der einen Seite haben sie ihn hochgejubelt, 100 Meter hochgeschossen und dann haben sie versucht zu zertreten, zu zertrampeln. Und das finde ich einfach unmöglich. Ich kann mich erleben und leben lassen. Wenn ich nichts weiß, wie es ist, dann bin ich erst einmal stört und warte, was letztendlich rauskommt. Hamburg. Das Nachrichtenmagazin der Spiegel. Dort oben im zehnten Stock wurde und wird recherchiert, ausgewertet, geschrieben. Vor gut zwei Jahren bringen die Investigativjournalisten Raphael Buschmann sowie sein Kollege Gunter Latsch das Fußballestablishment ganz gewaltig ins Taumel. Im Oktober 2015 bringen sie die Story heraus. Vom zerstörten Sommermärchen, den hin und her geschobenen 6,7 Millionen. Wir haben ja tatsächlich auch Zuschriften bekommen, in denen drin stand, Leute, 6,7 Millionen, was macht ihr hier für einen Aufriss, das ist ein super Schnäppchen. Für sowas eine WM zu bekommen, toll. Für uns als Journalisten ist das ja vollkommen unabhängig, ob wir daraus einen Skandal machen oder sonstiges. Wir wollen im Prinzip aufzeigen, wie die Transparenz hinter einem solchen Vorgang aussieht, also wie ein solcher Geldfluss dargestellt werden kann. Dass am Ende jemand wie Franz Beckenbauer so in den Fokus eines solchen Geldtransfers involviert ist, das war uns vorher nicht ersichtlich, also zu keinem Zeitpunkt so klar ersichtlich. Der Sachverhalt ist komplex, kompliziert, schwierig nachzuvollziehen. Geldflüsse werden verschleiert, Transparenz von Seiten Beckenbauers gibt es nicht. Der Kaiser entzieht sich allen Fragen der Spiegeljournalisten. Ich meine, natürlich habe ich immer noch einen hohen Respekt vor dem Fußballerbeckenbauer, vor dem Trainerbeckenbauer und auch vor der Lässigkeit, mit der er beides immer gemeistert hat. Aber das suspendiert ihn nicht von der Pflicht, offen zu legen, wie die Geldflüsse bei der WM waren. Und ich habe das auch immer versucht sauber zu trennen, weil es geht schlicht um Anspruch und Wirklichkeit. Wir sind auch über sein Umfeld gegangen. Wir haben versucht, dort den Leuten zu erklären, dass wir ihm diese Fragen stellen möchten, direkt stellen möchten. Es gab keine Chance. Auf Fragen Antworten bekommen. Wie soll ein schärferes Bild entstehen? Wir fahren nach Österreich. Ein goldener Oktobertag. Der Beginn unserer Spurensuche. Seit zehn Jahren lebt Beckenbauer in Salzburg. Nach all den Verwicklungen, Anschuldigungen scheut er, wie zu hören ist, die große Öffentlichkeit. Wir landen, eigentlich fast zu erwarten, in einer Sackgasse. Dort oben, aufgeräumt und gediegen, der Kaiserpalast. Bedächtige Stille dort, wo vor nicht allzu langer Zeit auch Journalisten, Kamerateams und Freunde gerne zu Gast waren. Also zuletzt gesehen habe ich ihn vor knapp drei Wochen. Da hat er nochmal so einen kleinen Eingriff gehabt am Herzen. Keine große Geschichte. Und ja, er sieht nicht mehr so frisch aus wie vorher. Aber die letzten Jahre haben ihn natürlich enorm mitgenommen. Das war ja keine einfache Zeit für ihn. Aber von der Art her, vom Lächeln, von der Unterhaltung, eigentlich der alte geblieben. Der, der zum Unikat wurde. Den freien Mann, den Libero erfand. Die Kritiker und Fußballweisen sind einer Meinung, dass Beckenbauer das größte Talent des deutschen Fußball seit Jahren sei. Und mit seinen Fähigkeiten, über 40 Meter, 45 Meter einen Pass millimetergenau zu spielen, über seine Schnelligkeit, über sein Spielverständnis, über seine Bewegung, hat er diese Rolle des Libero geschaffen. Es gab hinterher in Deutschland weltweit genügend Versuche, auch einen Libero zu finden, beziehungsweise ihn spielen zu lassen. Nur Libero war Franz Beckenbauer. Und kein anderer hat diese Rolle jemals so gespielt wie er. 1974, Olympiastadion München. Das WM-Finale, Deutschland gegen die Niederlande. Kaiser Franz gegen König Johann, Johann Kreuf. Deutschland gewinnt mit 2 zu 1, wird zum zweiten Mal Weltmeister. Beckenbauer, Breitner und Co. sind am sportlichen Ziel. Aber Breitners Freund ist es, der den Fußball in Deutschland in eine ganz neue Dimension schubst. Der Franz war ja der Erste, der den ersten Schritt, die ersten Schritte machte, um den Fußball gesellschaftsfähig zu machen. Der Franz war auf dem Wiener Opernball. Der war in Bayreuth bei Wagner. Der ließ sich fotografieren auf dem Pferd, am Flügel. Die Münchner Gesellschaft sagt, hallo, was ist denn da los? Versäumen wir was? Müssen wir mal vielleicht ins Olympiastadion gehen? Müssen wir vielleicht zu den schwindeligen Fußballern mal gehen? Das war der Franz. War aber auch ein Herzensbrecher. 1977 die Trennung von seiner ersten Ehefrau Brigitte. Und erste negative Schlagzeilen. Der erste Knick. Die Steuerfahndung rückt ihm auf die Pelle ab nach New York, zu Kosmos. Es sieht nicht nur so aus, es ist auch eine Flucht. Das war selbst für einen Franz Beckenbauer nicht unbedingt eine Situation, die jeder Fan, die jeder Deutsche ihm zugestand. Oder auch ihm verzeihte. Und so war es für ihn ein perfekter Moment, um in New York bei Null zu beginnen. Andy Warhol nennt sein Porträt Beckenbauer. Popart, von Künstler zu Künstler, der bei Kosmos New York immer noch The Kaiser ist. Der Deutsche Libero mit der Nummer 6 begeistert die Amerikaner mit seiner Leichtigkeit. Und leicht macht es der Kaiser einem wahrlich nicht. Eine unfassbare Menge an Archivmaterial. Nachdem Kaiser Franz in Europa alles gewonnen hatte, feierte er auch mit Kosmos Titel. Dennoch wurde die US Soccer League in Europa als Operettenliga verhöhnt. Vielleicht wollte der Kaiser auch deshalb seine Karriere in Deutschland beenden. Von 1980 bis 1982 beim HSV. Zum Abschied die Deutsche Meisterschaft. Eine große Karriere war beendet. Zur Ruhe setzte sich der Multimillionär allerdings nicht. Und ich möchte natürlich nebenbei auch noch etwas Sport treiben. Ich habe ein paar neue Sportarten entdeckt, die ich bisher noch nicht kannte. Und die werde ich versuchen, so gut wie möglich zu betreiben. Wie passend. Eine nebulöse Fahrt. Dorthin, wo Franz Beckenbauer sich einst neu entdeckte. Wir fahren nach Kitzbühel, Österreich. Seinen Rückzugsort findet er tatsächlich hier am Ende des Kaiserwegs. Auf einer Anhöhe unterhalb des Kaisergebirges steht das renovierte Bauernhaus, das Beckenbauer mit seiner zweiten Ehefrau Sibylle bewohnte. Längst für einen angeblich zweistelligen Millionenbetrag verkauft. In der Abgeschiedenheit treffen wir auf einen ehemaligen Nachbarn. Einer, der weit weg ist vom Kitzbüheler Jet Set von der Prominenz. Einer, der morgens durch die Schonung streift, die jungen Tannen mit einer übel riechenden Paste bestreicht, damit den Rehen der Appetit vergeht. Nein, ich weiß nichts mehr. Ich weiß nichts mehr. Das ist die Medien halt, was man so mitkriegt. Dass er so ein bisschen abgetaucht ist. Ja, genau. Und ist er hier spazieren gegangen? Ja, früher war er oft. Oft spazieren gegangen mit den Hunden. Und ist er auch zu uns Nachbarn gekommen. Und wir haben recht ein gutes Verhältnis gehabt. Unten im Tal, das Management von Franz Beckenbauer. Die Agentur von Markus Höfel. Der Ehemann der ehemaligen Skirennläuferin Maria Höfel-Riesch berät Beckenbauer seit nunmehr 14 Jahren. Wir hätten gerne in Erfahrung gebracht, welche Auswirkungen die Vorwürfe auf die kaiserliche Vermarktung haben. Herr Höfel steht leider nicht zur Verfügung. Und irgendwie werden wir den Eindruck nicht los, dass der Fall des Kaisers ein Tabuthema, ein Kneifzang-Thema ist. Nein, Kneifzang nicht. Wer das, wer, wer, wer was sagen könnte und es nicht sagt, finde ich nicht okay. Weil, warum soll ich mich, soll ich jetzt abtauchen, wenn ich mit, als Franz Beckenbauer die Lichtgestalt war und noch nicht der geringste Schatten, da haben sich viele auch ganz gern gesund. Nein, aber es ist ein schwieriges Thema, weil, ein Mensch ist erstmal kein Thema, aber die Thematik ist schwierig, weil so viel Juristisches drin ist, was der Normalverbraucher nicht aus der Hosentasche und im Handumdrehen parat hat, also da eine Bewertung nicht stattfinden kann. Ich kann aber nicht so tun, als gäbe es die juristische Seite dieses ganzen Sommermärchens, nicht, oder die Justiziable. Wie kontrovers. Lichtgestalt trifft Papst, Recherchen treffen die Lichtgestalt. Kanzlerin mit Kaiser, der Kaiser im Fokus, der Spiegel wühlt weiter. Beckenbauer, längst in der Chefetage des Weltfußballs zu Hause, gerät zunehmend unter Druck. Die Figur Franz Beckenbauer wird für uns immer spannender. Die Reise geht nach Berlin. Wie tickt Deutschlands bekanntester Sportler und Funktionär? Stoff liefert der Franz reichlich. Wir holen uns die Meinung eines Sportwissenschaftlers und Philosophen ein, Prof. Dr. Gunther Gebauer. Als Spieler stand er für sich, es gibt geniale Spielzüge von ihm. Ich fand auch immer, dass er sich fantastisch auf dem Feld bewegt hat. Aber als Funktionär hat er mich nie überzeugt. Ein Funktionär muss ja auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Er muss seine Aktionen, die er unternimmt, auch rechtfertigen und ist Rechenschaft schuldig. Und das war eigentlich nie gewesen. Jemand, der in der Öffentlichkeit begründet hat, was er gemacht hat. Er begründet eigentlich sowieso nie irgendetwas. Aber er zeigt sich öffentlich. Als Reisekaiser tourt er um die Welt. Das Ziel, Sympathien gewinnen. Wohlwollen einfangen. Deutschland als WM-Ausrichter schmackhaft zu machen. Um jeden Preis? Ohne Franz hätte man gar nicht so viele Stimmen bekommen. Das verschwindet immer wieder. Ja, verdammt nochmal, welche Großveranstaltung ist in den letzten 100 Jahren nicht gekauft worden? Wie viel Prozent sind nicht gekauft worden? Egal in welchem Bereich. Wo musst du nicht bezahlen, damit du eine Großveranstaltung in ein Stadion in deine Halle bringst? Oder, oder, oder. Die geballte deutsche Prominenz steht dem Kaiser bei. Auf seiner Mission, die WM nach Deutschland zu holen. Vom Altkanzler Gerhard Schröder hätten wir gerne in Erfahrung gebracht, wie er heute zu Franz Beckenbauer steht. Freundliche Grüße aus dem Schröder-Büro. Für uns bleibt es ein Kneifzang-Thema. Ein hochkompliziertes dazu. 6,7 Millionen Euro, die Summe, um die sich alles dreht. Geld, das über ein Beckenbauerkonto nach Katar geflossen sein soll, zu Mohammed bin Hammam. Ein inzwischen lebenslang gesperrter Ex-FIFA-Funktionär. 6,7 Millionen. Um Stimmen zu kaufen? Ich bin viel im Ausland unterwegs und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an, aber im Ausland sagen sie, wenn es auch so gewesen wäre, so billig hat noch nie ein Land eine Weltmeisterschaft bekommen. Warum ärgert ihr euch? Warum macht ihr da was gegen eure Helden? Und man weiß ja nicht, wohin das Geld gegangen ist, diese 6,7 Millionen, was ist wieder zurückgekommen, was ist irgendwo hinverschwunden. Und ich weiß, und ich bin überzeugt, Franz weiß es selber nicht, weil Franz einfach derjenige ist, wie viele von uns Künstlern, Sportlern, die einfach, sagen wir mal, nicht unbedingt sich um diese Sachen gekümmert haben. Ich verstehe es und ich finde es sympathisch. Lothar Matthäus hat Franz Beckenbauer sehr viel zu verdanken und umgekehrt. Und der Impuls einem Menschen, er stand ihm sicher näher als ich noch und hat mit ihm mehr gemeinsam durchgemacht und mehr gewonnen, vor allem auch, den Impuls kann ich nachvollziehen. Dass man sagt, man möchte schützen, man möchte sagen, lass die, meine Vaterfigur groß, aber lass sie in Ruhe jetzt, kann ich verstehen. Muss es aber nicht selber so halten. Der rechte Fuß von Andreas Brehme schießt Deutschland zum Titel. Macht den Teamchef Beckenbauer zum zweiten Mal zum Weltmeister. Des Kaisers Kapitän ist Lothar Matthäus, des Kaisers Aura strahlt von nun an als Lichtgestalt. Rom 1990. Und Beckenbauer steht fortan für die personifizierte Perfektion. Einem, dem alles gelingt. Dem alles zufällt. Und alles klappt. Und der Winner ist Deutschland. Juli 2000. Beckenbauers dritter Streich, Weltmeister als Spieler, als Trainer, jetzt der WM-Lieferant. Die Organisation der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wird zu einem Mammutprojekt des Deutschen Fußballbundes. Ein Projekt, über das Jahre später handelnde Personen fallen werden. Der Sportjournalist Harald Stenger wechselt 2001 von der Frankfurter Rundschau zum DFB. Übernimmt den vakanten Posten des Pressesprechers. Leitet die Pressekonferenzen bisweilen gestenreich, hat einen gewissen Einblick in die WM-Planung. Das WM-Organisationskomitee 2006 war im DFB ein Staat im Staate. Es war unabhängig und selbstständig. Es wurde da ab und zu mal was gesagt und auch informiert. Aber ans Eingemachte oder Brisante ging es nie. Also ich hatte deshalb bei allen Verdachtsmomenten, die ja teilweise in Zeitungen gespielt wurden, damals noch nicht mit den 6,7 Millionen Euro, nie den Eindruck, dass also da gravierende Mauscheleien irgendwann mal ans Licht der Öffentlichkeit kommen können. Besagter Staat im Staate, neben Beckenbauer Fedor Rathmann, enger Berater des Kaisers. Weiter der spätere DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Sowie der damalige Generalsekretär des Deutschen Fußballbundes, Horst R. Schmidt. Ich habe damals von 2001 bis Ende 2009 an allen Präsidiumssitzungen teilgenommen. Da wurde nicht ansatzweise irgendwann mal was erzählt, was darauf hingedeutet hätte, dass ein so großes Erwachen wie das Sommermärchen irgendwann die Nation bewegen würde. Bewegung kommt in den DFB. Der Präsident Wolfgang Niersbach tritt zurück. Die verdächtigen Geldflüsse sollen ihm bekannt gewesen sein. Der DFB muss im eigenen Haus ermitteln, beauftragt eine Anwaltskanzlei. Deren Bericht wenig erhellend. Stimmenkauf für die WM, nicht zu beweisen, aber auch nicht auszuschließen. Was geschah mit den 6,7 Millionen? Offenkundig waren Beckenbauer, Niersbach und auch Rathmann der Meinung, dass sie den Skandal unter den Teppich gehören können. Wobei man bis zur Stunde sagen muss, und da widerspreche ich auch dem Spiegel, Es ist nicht bewiesen, dass die WM-Vergabe erkauft wurde. Im zehnten Stock des Hamburger Nachrichtenmagazins sehen es die Spiegeljournalisten ein wenig anders. Für sie ist Franz Beckenbauer längst der Fall Beckenbauer. Es waren seine Bankdaten, es waren seine Überweisungen, es ist seine Unterschrift gewesen, es war sein Konto. Wir haben ja nichts erfunden gegen ihn, sondern wir haben Dinge, die er nicht an die Öffentlichkeit haben wollte, gegen das gehalten, was er öffentlich geäußert hat. Und wie gesagt, kein Urteil gesprochen. Wir haben auch nie geschrieben, er ist der Totengräber des Fußballs. All diese Dinge haben uns auch überhaupt nicht interessiert. Wir jagen auch nicht Herrn Beckenbauer, sondern wir halten Plausibilitäten gegeneinander und Indizien gegen Behauptungen. Nicht mehr und nicht weniger, dass sich daraus ein Bild ergibt. Ja, klar, aber nicht im Sinne eines Urteils. Irgendwie zwiespältig, knifflig, dieser Fall Beckenbauer, der Fall des Kaisers. Diverse Meinungen, diverse Anfragen, Absagen, welches Bild ist angemessen? Bei unserem Blick ins Archiv ein sehr dichtes Porträt zum 70. Geburtstag Beckenbauers, vor zwei Jahren produziert. Hört, hört. Eine Weltmeisterschaft, das ist wie ein Siebener im Lotto, sag ich einmal. Oder ein Achter, ich weiß es nicht. Das kriegst du nur einmal im Leben. Ich wollte aber eine Weltmeisterschaft in Deutschland noch erleben. Und das ging halt nur 2006. Und deswegen, das wussten wir, diese Aufgabe musste passieren, musste gut gehen. Sonst erleben wir das nicht mehr. Franz Beckenbauer, der die WM so unbedingt wollte, ist verschwunden. Wir fahren zum zweiten Mal nach Salzburg. Diesmal ein trister Novembertag. Wie geht es dem inzwischen 72-Jährigen eigentlich nach all den Schlagzeilen, nach seiner schweren Herzoperation? Wir haben uns mit seiner Agentur in Verbindung gesetzt und bekommen, wenig überraschend, eine höfliche Interviewabsage. Still ruht er. Der Kaiserpalast, der kleine Kunstrasenplatz. Auf dem vor zwei Jahren, in dem sehr persönlichen Beckenbauer Geburtstagsporträt, Vater und Kinder fröhlich kickten. Journalisten und Kamerateams Zugang hatten, Beckenbauers dritte Ehefrau Heidi als Zaungast mitspielte. Das war vor zwei Jahren. An diesem tristen Novembertag, die Beckenbauer Villa unberührt, fast ein wenig trostlos. Aber vollkommen untergetaucht ist die Lichtgestalt von einst offen hörbar nicht. Sehen Sie ihn ab und zu nochmal, wenn er hier spazieren geht? Ja, ich habe ihn am Samstag gesehen. Ja, und wie geht es ihm? Ja, ich meine, Sie wissen, dass er eine schwere Operation gehabt hat. Ja, aber er ist völlig abgetaucht eigentlich, ne? Naja, ist auch verständlich, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Tätig auch abgetaucht. Ich glaube, dass Franz jetzt, was er in den letzten Jahren mitgemacht hat, wie gesagt, wir reden hier viel von der Weltmeisterschaft, aber ich glaube, dass ihn die privaten Schicksalsschläge noch mehr getroffen haben, wie diese Geschichte um die Vergabe der Weltmeisterschaft. Sie denken an Stefan zum Beispiel? Ich denke vor allem an Stefan, aber auch seine Herzoperation, die er jetzt gehabt hat. Das sind Dinge, ich glaube, die haben ihm noch mehr zugesetzt. Im Sommer 2015 stirbt Franz Beckenbauers Sohn. Im Alter von 46 Jahren verliert Stefan Beckenbauer den Kampf gegen den Hirntumor. Dass ein Kind vor den Eltern stirbt, geht nicht. Das ist mit das Schlimmste, was einem ans Schicksal widerfahren kann. Und damit fertig werden, wie gesagt, für mich undenkbar. Gar nicht mal, kriege ich gar nicht mal halbwegs ins Spektrum rein. Also das passiert, plus dann ein Lebenswerk, das in sich zusammenfällt. Das ist eine Menge für einen Menschen. Ja, natürlich, also, der Tod seines Sohnes Stefan hat ihn tiefst erschüttert. Und natürlich dann seine Herzoperation, die halt auch zur Umzeit gekommen sind, weil er da mittendrin in Vorwürfen stand. Und dann natürlich diese schwere Operation. Und das prägt natürlich einen Menschen, das ist doch ganz klar. Gut ein Jahr nach dem Tod seines Sohnes Stefan muss sich Beckenbauer einer schweren Herzoperation unterziehen. Vor knapp sechs Wochen dann eine weitere, routinemäßige Nachoperation. Der Erfolg wird dann relativ, wenn man dann von der Wirklichkeit des Lebens so eingeholt wird, selber schwer angeschlagen, gesundheitlich, mit schwierigen Operationen und dann den Sohn verloren, den Stefan. Dr. Edmund Stoiber ist übrigens der Erste, der umgehend einer Interviewanfrage zustimmt. Er erzählt uns, dass es ihm wichtig sei, über Franz Beckenbauer zu sprechen. Der langjährige bayerische Ministerpräsident, ehemalige Kanzlerkandidat der Union, ist ein Beckenbauer-Freund. Dazu Jurist und Aufsichtsrat-Mitglied des FC Bayern München. Jahreshauptversammlung beim deutschen Rekordmeister vor knapp vier Wochen. Chefvisite. Bayern-Präsident Uli Hoeneß sowie die Kollegen aus dem Vorstand. Darunter der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenicke. Nur noch zwei Bayern-Köpfe. Gerhard Bayer-Volförter hat mal gesagt, als wir noch mit Franz Beckenbauer, den ich beim FC Bayern sehr vermisse, zusammengearbeitet haben, bei Bayern München schießen immer drei Kanonen. Rund Beckenbauer, Rummenigge und Töwis. Eine schießt immer und irgendeine trifft wieder. Und da muss ich eben sagen, im Moment hat sich das etwas verändert. Es schießt eine Kanone, die heißt Karl-Heinz Rummenicke. Und Hassan und ich stehen voll hinter ihm und reichen ihm die Kugel. Dass Uli Hoeneß seinen Franz, also die Bayern-Kanone schlechthin, vermisst, das hätten wir gerne mit ihm persönlich vertieft. Nein, lässt er nicht zu. Der sonst so meinungsstarke Bayern-Präsident belässt es zunächst bei der eben gehörten Randbemerkung hier auf der Jahreshauptversammlung. Draußen, vor der Tür, bei der Vereinsbasis, zeigt sich, dass der Fall des Kaisers ein sperriges Thema ist. Das ist ganz allein seine. Er weiß, was er da, ob da was war, was war. Ich glaube, da sollten wir uns, da will ich mir auch keine Meinung darüber bilden, was es jetzt da wirklich war im Endeffekt. Ich glaube schon, dass was dran ist an den Anschuldigungen, weil ganz von nirgendwo her gegriffen werden sie auch nicht sein. Also ich denke schon, dass da was dran ist. Von mir hat er nichts falsch gemacht. Er wollte einfach die WM nach Deutschland holen. Wie was mit Geld zahlen, interessiert mich null. Man verzeiht ihm vieles, aber auch nicht alles. Und nicht so 100 Prozent, dass man jetzt sagen würde, er ist noch die Lichtgestalt und der Kaiser schwer zu sagen. Also nach dem, was alles da gelaufen ist. Wenn man weiß, dass die Vielfalt korrupt ist, dass man ein WM-Turnier nur kriegt, wenn man nachhilft, dann muss ich sagen, in anderen Ländern hätte er einen Warten gekriegt. Und bei uns trampelt man bloß auf ihm rum. Das finde ich nicht richtig. Schöne Bescherung. Weihnachtsfeier beim FC Bayern-Fanclub in Schießen, Landkreis Neu-Ulm. Am vergangenen Samstag beschert Uli Hoeneß die Fangemeinde mit seiner Anwesenheit. Der Präsident in seiner Komfortzone. Gegenrede nicht zu erwarten. Hier spricht Hoeneß. Verteidigt. Und teilt aus. Ich würde irgendwann mal auch an gewisse Leute bei den Medien daran appellieren, ihn endlich mal in Ruhe zu lassen. Denn es ist eine Riesenschweinerei, was da um seine Person gemacht wird. Ich will gar nicht diese alte Leier wiederholen. Ohne ihn gäbe es keine Allianz Arena, keine WM, kein Sommermärchen. All den Käse. Er hat Unglaubliches geleistet. Er hat nichts in seine Tasche gesteckt. Er ist ein Mann, der sich den Arsch aufgerissen hat. Zwei, drei Jahre lang. Und jetzt muss irgendwann mal Ruhe sein. Das ist jetzt 15 Jahre her. Und man soll den Mann irgendwann in Frieden leben lassen. Die WM 2006. Die Welt. Zu Gast bei Beckenbauer. Es spricht die Lichtgestalt. So stellt sich der liebe Gott die Welt vor. Und die Welt guckt auf das Bunte, das Neue, das offene Deutschland. Wenn man weiß, wenn man mit Franz ab und zu mal zusammen ist und wenn man so die ganze Geschichte auch, was das Sommermärchen betrifft, von ihm hört, dann weiß man auf jeden Fall eines, dass dieser Mann für die WM in Deutschland, die so super funktioniert hat hier und die in der ganzen Welt irgendwie so positiv dargestellt und angenommen worden ist, er wollte nur eines, diese WM nach Deutschland holen. Und ohne Franz hätten wir diese WM nie gehabt. Die Welt hat Deutschland mit Augen kennengelernt, wie sie es nie geglaubt hätten. Wir hatten super Wetter, wir hatten glaube ich nur einen Regentag, also wieder Kaiserwetter. Auch das ist ja irgendwie Franz Beckenbauer dann, dass er auch noch das Glück hat, eine Weltmeisterschaft zu holen, wo es 30 Tage von 31 Tagen Sonnenschein gibt. Tja, ich glaube schon, dass er wird mit dem Sommermärchen verbunden. Jetzt natürlich auch mit dem Schatten, aber ich glaube, dass das Sommermärchen mehr Licht als Schatten abwirft. Man kann natürlich nicht die Korruption, die im Vorfeld passiert ist, dann mit den wirklichen Ereignissen vergleichen. Man kann es in Beziehung setzen, aber dieses sogenannte Sommermärchen ist ja keines, was wir jetzt Herrn Beckenbauer speziell verdanken. Es bleibt eine große Feier, die ja nicht selber gekauft worden ist. Also die Feier selbst, die Reaktionen der deutschen Bevölkerung, das schöne Wetter, die schönen Spiele, die Stimmung, das ist ja nicht gekauft worden. Das ist nur so, der Anlass ist unklar. Na ja, also eine Weltmeisterschaft nach Deutschland holen und sich dann von allen Usancen abkoppeln, die bei solchen Vergaben die Regel waren und sind offensichtlich. Na, das wäre aber originell. Man hätte sagen können, für alle, gültig, wisst ihr was, unter diesen Umständen, wir wissen ja, wie so eine WM ins Land kommt, unter diesen Umständen möchten wir das nicht. Können wir nicht verantworten, ethisch, moralisch, juristisch, was weiß ich. Aber wenn man dann sagt, ach, das ist aber toll, dass wir die WM haben, dann finde ich, ist es Heuchelei sehr schnell. Franz Beckenbauer, der in Salzburg lebt, ist von der Bildfläche verschwunden, ist scheu. Scheut sich offensichtlich, für Klarheit zu sorgen und verlässt damit die Verhaltensmuster, die die Öffentlichkeit von ihm kennt. Ich hätte gewettet, dass er hingeht auf seine lässige Art, wie er das auch damals mit seinem letzten oder unehnlichen Kind gemacht hat. Der Herrgott freut sich über jedes Kind, dass er dann sagt, naja, mei, ich meine, tut mir leid, also die Welt ist, wie sie ist und wir sind alle keine Heiligen, aber schön war es doch. Und ich glaube, der wäre damit davongekommen, wenn er das auf diese nonchalante Art, die er immer gehabt hat, abgeräumt hätte. Die Menschen hätten das ihm verziehen. Und dass er das nicht getan hat, hat mich persönlich wirklich überrascht. Ich bin davon fest überzeugt, hätte er damals die Wahrheit gesagt oder hätte signalisiert, dass er doch ehrlich irgendwas eingesteht, was nicht in Ordnung war, dann hätten sie ihn, um es flapsig zu formulieren, in Deutschland auf der Sänfte durch die Republik getragen und hätten gesagt, unser Franz, wir wussten es schon immer, das ist ein super Typ. Jetzt hat er auch eingestanden, dass irgendwas im Zusammenhang mit der WM nicht in Ordnung war. Großartig. Ja, großartig war sie, die WM, unbestritten. Der Weg dahin wohl weniger. Und Beckenbauer gerät in weitere Schwierigkeiten. Seine Tätigkeit als Chef des WM-Organisationskomitees ist eigentlich als ehrenamtliche Tätigkeit deklariert. Lässt er sich aber angeblich mit 5,5 Millionen Euro vergüten. Das Ehrenamt, Dienst an der Gesellschaft, Beckenbauers Glaubwürdigkeit bekommt weitere Dellen. Der DFB konstatiert, von einem Ehrenamt kann keine Rede sein. Das war der Moment, wo der DFB sich zum ersten Mal wirklich deutlich und in aller Schärfe auch vom Beckenbauer distanziert hat. Das ist für mich so ein weiterer Meilenstein und so ein Markstein, wo dann auch sein Nimbus kippte. Beckenbauer reagiert. Krisenmanagement? Seinen Job als Fußballexperte bei Sky quittiert er nach 25 Jahren. Er geht von sich aus. Und eine weitere Beziehung bricht. Auch die Bild thematisiert. Geldflüsse, Beckenbauer. Die Verbindung wird gelöst. Warum? Das hätten wir gerne mit dem verantwortlichen Redakteur besprochen. Nach 34-jähriger Zusammenarbeit schreibt Beckenbauer seine letzte Kolumne. Es gibt einen Punkt, wo die Bild-Zeitung nicht mehr mitmacht. Und das ist der Punkt, wo die Leute zu weit abrücken von dem, was man normalerweise und anständigerweise tut. Also die Bild-Zeitung ist ja immer oder betrachtet sich immer als Organ des einfachen Volkes. Und es gibt so etwas wie zum Beispiel Korruption, in die eigene Tasche wirtschaften, reich werden auf Kosten der anderen oder ähnliches, lügen. Und dann ist der Fall vorprogrammiert. Wir haben das bei einer ganzen Reihe von Größen in der deutschen Politik und im deutschen Sport erlebt. Die Sportgröße Beckenbauer kommt tatsächlich aus der Deckung. Der Süddeutschen Zeitung gibt er ein ausführliches Interview und beweist einfach nur schlechtes Krisenmanagement. Es geht um die Unregelmäßigkeiten rund um die WM-Vergabe, Beckenbauers Geschäftsgebaren, Verträge, Unterschriften. Das ist ein riesen Pflegma, der Franz. Und über dieses Pflegma ist er immer wieder dazugekommen, dass er sagt, das mache ich jetzt, das unterschreibe ich. Und wo ist das Problem? Ein Problembewusstsein gibt es bei Beckenbauer offensichtlich nicht. Blauäugig, leichtgläubig, sorglos? Für mich ist das der Anfang vom Ende dieses Interview, weil Beckenbauer da zum ersten Mal auch zu einer Argumentationsstrategie greift, die ihn selbst desavouiert, die ihn lächerlich macht. Also ein erwachsener Mann, der über Jahre hinweg große Erfolge hatte als Spieler, als Trainer, als Geschäftsmann, mit Millionen jongliert, der dann erzählt, er würde wie so ein Kleinkind irgendwie weiße Bögen unterschreiben, auf die böse Menschen dann oben drüber einen Vertragstext setzen können, den er nicht kennt und den er auch nicht wissen will. Das war schon offenbarungsart, fand ich. Wenn jemand in solcher Liga spielt, wo es um Riesensummen geht, wo es um Fußball-WM geht, um Werbeverträge, um Übertragungsrechte, das sind ja Dinge, bei denen sitzen ausgekochte Profis mit am Tisch. Wer sich da behaupten kann, der kann unmöglich so ein netter, kleiner, unbedarfter Junge sein. Und deswegen war das Interview, glaube ich, eher etwas, was ihm überhaupt nicht geholfen hat, sondern was den Zweifel an seiner Person eher vergrößert hat. Der nette, kleine, unbedarfte Junge wächst im Münchner Arbeiterstadtteil Giesing auf. Das Geburtshaus Beckenbauers, damals. Heute frisch verputzt, aufgemöbelt. Zugspitzstraße 6, im Münchner Süden. Aus dem Haus, nur einmal über die Straße und eine Weltkarriere bekommt ein Gesicht. Der junge Franz Beckenbauer, hochtalentiert, der erste Kicker Deutschlands, der sich professionell beraten und managen lässt. Und damit eine gewisse Eigenverantwortlichkeit aus Händen und Füßen gibt. Er hatte schon als Spieler und dann als Manager Leute an seiner Seite, die für ihn gesprochen haben. Also hatte man einen Manager, der sozusagen ein Personal Manager für ihn war, Robert Schwan. Das sagt er sogar in Interviews, dass Robert Schwan selbst den Klempner bestellt hat für seine Wohnung, wenn da mal ein Wasserhahn geleckt hat. Also er stellt sich als völlig hilflos da in Dingen des täglichen Lebens und auch in Dingen seiner Karriere. Heute wird gegenüber immer noch gekickt. Beckenbauers erster Klub, der SC München von 1906, heißt inzwischen Spielvereinigung Heithausen, spielt in der Bezirksliga. Hier wird gestürmt, aber auch verteidigt. Vor allem, wenn es um ihre Lichtgestalt geht. Ich finde einfach, man sollte den rüberlassen. Der hat so viel für uns getan und deswegen braucht man nicht über alte Kamelen mit ihm da, sag ich jetzt mal, noch alte Sachen rausgraben. Halte ich für nicht richtig oder auch nicht für Respekt ihm gegenüber. Wir Deutschen neigen ja immer dazu, wir sind ja so ein Neidhammel. Wir gönnen ja keinem was und wir suchen dann immer, wenn es mal nicht so läuft, irgendwelche Fehler von ehemaligen Leuten und das halte ich für schwachsinnig. Ja, keinen ausbrechen lassen. Jeden runterzuholen auf die eigene Ebene. Und wenn der Deutsche da eine Situation sieht, dann macht er das. Brutal wie wahrscheinlich kein anderer. Das ist immer so, das ist immer gefährlich, solche Verallgemeinerungen. Was ist eine deutsche Mentalität? Aber die Lust am Denkmalstürzen ist zumindest nicht neu in diesem Lande. Also man schafft Fallhöhen gern, sehr gern und überhöht Lichtgestalten, Kaiser, Tennisgötter, was weiß ich. Man baut gern große Podeste, von denen dann jemanden runterstürzen. Offensichtlich auch Spaß macht. Vom netten, unbedarften Jungen aus München-Giesing zur deutschen Lichtgestalt. Beckenbauer spürt im Alter von 72 Jahren mit Wucht, wie sein Lebenswerk Risse bekommt. Unbestritten ist seine sportliche Lebensleistung, aber hat er dadurch auch einen Bonus? Der, der sich so glänzend verkaufen konnte? Frühlingssoppe, jetzt mit zehn verschiedenen Gemüsen. Schmeckt prima und so richtig kräftig, müssen Sie probieren. Der 3000 GT von Mitsubashi. Oh, Entschuldigung. Gott sei Dank, ich bin zu Hause. Also, Bonus, milde? Wir sind da gründlich und machen hier keinen Halt vor irgendwelchen Größen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist unsere Gesellschaftsordnung, unsere Ansicht des Rechtsstaates und wenn Vorwürfe da sind, muss jeder zu diesen Vorwürfen stehen und zu diesen Vorwürfen stehen und der, dem was vorgeworfen wird, muss natürlich dann auch Antwort geben. Ein klarer Auftrag an Beckenbauer. Aber Beckenbauer hinterlässt bei uns eher Irritationen. Der Fall des Kaisers ist eine verzwickte Gemengelage, geprägt von Zerrissenheit. Unmöglich eine umfassende Bewertung zu finden. Und vor den Antworten stehen die Fragen. Ist das Sommermärchen immer noch ein Märchen? Ergötzen sich die Deutschen am Fall eines Helden? Ist nicht jeder für sein Tun und Handeln selbst verantwortlich? Franz Beckenbauer verzeihen? Ich persönlich breche natürlich gegenüber dem Freund, wenn er jetzt auch, wenn er einen Fehler gemacht hat, einen Mist gebaut hat, dann bleibt er ja trotzdem ein Freund. Noch ein letzter Versuch, dem Kaiser ein wenig näher zu kommen. Wir fahren nach Kuchel bei Salzburg. Zum Weinhandel eines guten Beckenbauerfreundes. Der Kaiser ist auch Genussmensch an einem Weingut in Südafrika beteiligt. 61 Euro der Cuvée. Wer es sich leisten kann, kennt auch den Abgang. Angeblich ein leichter Hauch weißen Pfeffers. Probieren kann man ihn in München. Der Franz ist da. Naja, fast. Zur Libero-Verkostung werden Gäste erwartet. Gäste des Promikochs Alfons Schubeck. Ein enger Freund Beckenbauers, der seinen ganz eigenen Umgang mit dem Kaiser pflegt. Das Schlimmste ist, wenn man sagt, wie geht's und was machst du denn immer wieder rein in diese Wunde. Das finde ich überhaupt nicht gut. Sondern einfach, wenn du dann triffst, ratschen miteinander, was gibt's, was machst. Oder hast du das Spiel gestern gesehen und was hast du für eine Meinung und so weiter. Das halte ich viel, viel ehrlicher, als dann da mit dem Reinigungstuch kommen und seelisch da irgendwo polieren wollen. Das bringt gar nichts. Im Dunstkreis des Schubeck-Interviews ein Lichtermoment. Der pure Zufall spielt mit bei unserer Spurensuche. Franz Beckenbauer. Pedro Rathmann. Für uns völlig überraschend und unerwartet, einer dieser so seltenen Auftritte, der Lichtgestalt von einst. Herr Beckenbauer, servus. Ole Seidler von der ARD. Haben Sie Zeit für ein kurzes Interview? Nein, nein. Ich muss nicht. In Ordnung. Schönen Abend Ihnen. Alles klar. Wie es ihm geht, lässt sich nur erahnen. Es hat den Anschein, dass es ihm besser geht im Kreis seiner Familie. Seiner alten Freunde. Ihr könnt schreiben, ihr könnt machen, was ihr wollt. Nein, ich sehe mich nur als denjenigen, der nicht ein Haar, nicht ein Haar über Franz Krumm werden lässt. Null. Ich wünsche, dass er einen guten Freund und Mentor hat, der ihn gerade so an die Hand nimmt und mit ihm bespricht, was er jetzt noch tun kann, um die Reste seines Ansehens zu retten und sozusagen die guten Seiten seiner Persönlichkeit noch in die Öffentlichkeit tragen kann. Der Fall des Kaisers. Ein Fall von beispielloser Zerrissenheit. Verzeihen oder verurteilen? Weder noch. Ich kann mich nicht zu seinem Anwalt aufschwingen, aber ganz sicher bin ich nicht sein Ankläger. Und jeder, der, den es dazu treibt, eine dieser Rollen anzunehmen, ist gut beraten, ein bisschen nachzudenken. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich Богdan. Ich habe keine Maschins. Zu Zeit, dass du